Ich bin gerade am Essen und jetzt ist die Amsel hier vorbeikommen. Die ist nicht so nah gewesen. Die darf auf beiden Beinen. Wir haben den 30. Mai 2022. Vielleicht sehen wir uns sie noch kurz. Wieder einmal. Dort oben ist sie. Man sieht im Handygrund an die Spalte am Fliegen. Jetzt sehen wir sie wieder. Auch heute wieder. Drei oder vier Mal habe ich das Amsel gesehen. Und ich habe da kein Futter. Also ich kann das jeden Tag wiederholen. Das ändert nichts daran. Dass ich kein Futter da habe. Die kommen immer da vorbei. Also immer. Ich bin ein Futter da. So, ich freue mich sehr, sehr gut an euch.